Hier unten wahrscheinlich, oder? Mhm. Das selbe Spiel wie gerade eben. Warte mal, bringt es denn was, wenn ich das jetzt so mache? Mal gucken. Nein. Was hast du gemacht? Eis, Feuer. Eis, Immunität. Nein, Eis, Schild und Rüstung. Warte mal, ich teste es mal, aber du müsstest immun sein. Ja. Ja, da sind die nächsten Besatzen. Ja, ich finde nicht, dass ich gekillt. Hä? Wo bist du denn gespawnt? Auf dem nächsten Stück Land. Äh. Nein. Anscheinend nicht. Soll ich dir mal sagen, was jetzt passiert? Wir fangen doch mal von vorne an. Natürlich. Weil alles andere wäre ja zu einfach, ne? Also Leute, ihr seht. Ähm. Magica ist nicht so spaß und lustig, wie es aussieht. Man ist zwar am Anfang, am Anfang ist man eigentlich, kann man sagen, OP. Weil, weil, weil. Man kann von Anfang an irgendwie alles casten. Bis auf, äh, natürlich die Magiken. Und, äh. Und, äh. Ja. Oh ja. Boi. Okay. Soll mich aber gerade am runter gehen. Achja. Hm. Äh. Boah, dieser. Scheiß Viecher. Versuch nicht so weit nach vorne zu gehen. Ich versuch's. Und da hat immer noch Feuerimmunität. Ich hab auch. Noch. Hm. Warte mal, das müsste doch theoretisch... Nein, 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 nein. Schass, da kommt der erste. Booth. Boah, warum zieht der so schlecht? Mir egal, ich bin immun. Ja und trotzdem, ich will trotzdem den Gegner treffen und treffe dich, ist trotzdem scheiße Du bist gerade der Einzige, der lebt Du bist tot Nein, ich stehe noch Diese Trolle, ich glaube, die haben extra diesen Radius von diesem Anklicken für diese Trolle extra größer gemacht So extra groß, damit man denkt, so ich bin jetzt sicher, da kann ich nicht hinlaufen Äh, falsch gedacht Also, liebe Entwickler, falls ihr euch das Video anschaut, ne, ihr seid scheiße Wir haben heute etwas Wichtiges gelernt, ja, ihr seid Arschlöcher nüchtern Noch Jo Ja, genau das ist mir nämlich auch passiert Und wieder Dorn, du brennst Nicht mehr Hm Oh Oh Hm Caste hier hinein Sag mal Äh, habe ich irgendwie das falsche gedrückt oder gecastet oder Kann ich Kann ich Oder kann ich nichts anderes mehr casten außer Scheiße Sehr lebenswürzig von dir Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier auch meine Arcan Bubbles funktionieren Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier auch meine Arcan Bubbles funktionieren Daun, du Sau Daun, du Sau Boah Ja, keiner heilt den Ne, dachte schon Boah, dieser, dieser Alter Es reicht Nein Dein Ernst Was ist das? Hä? Okay, ich mache wieder Eisimmunität Boah Aber nicht vorher reinlaufen Schön Ja, echt schön Du wirst Du wirst geblitzt Du wirst tot Du Hurensohn Also Ich glaube, wir müssen davor gezielig viel zensieren Oder wir bringen das so raus, wie wir es alles gesagt haben Ich kriege einfach einen ab 18 lebenden Feierabend, mein Gott Sollen sich mal nicht so anstellen hier Ich finde es lustig, wenn man die Eisimmunität macht, dass es sofort weg ist Ja Wo wollen wir eigentlich hin? Ja, nach oben Nach oben, Mr. Thaddeus, nach oben Ich finde es lustig, wenn man die Eisimmunität macht, dass es sofort weg ist Was ist es? Äh, warum Warum stimmt der nicht? Habe ich ihn nicht getroffen, oder? Weißt du, was ich gerade als Idee habe? Wir sind doch wieder draußen, oder? Nein Nein Regen, Tornado, wie gesagt Weißt du, was ich geil finde, ne? Du kannst da einfach so gucken und scrollen Und ich war gejagt und gekillt Und es interessiert dich? Einen Scheißdreck Was soll ich machen? Du sneakst da Hm, Tornado Warte, ich hab ne Idee gehabt Feuerstur Oder nicht rein nach oben, ey Ach, jetzt beschwer dich mal nicht, ey Doch Hab ich Hab ich Hab ich Hab ich bereits längst getan Dann möchtest du uns das machen, oder was? Und wir ne Runde duschen Das funktioniert nicht Das sollte jetzt Meteoritenschauer sein, ha? Nein Blizzard Weil dann wäre ja die ganze Fläche hier zugefroren Ja, aber Blizzard funktioniert genauso wie Meteoritenschauer Ja, und dann kann ich nur drausfüllen Ne Tritt auf Lego Steiner Bin da Oh, diese doofen Trolle Was war ich denn da? Ich lebe noch Ich lebe noch Auf so einem Polygon stehe ich noch Das war Hahahaha Hahahaha Das ist doch nicht wahr, ey Wie denn? Ich will erst das Biest umbringen, ja? Kein Leben auf mich grad Das ist für ne Scheißidee, die mich ist Zwerge Ich hab ne wahnwitzige Idee Nein, die hab ich nicht Komm her Wie? Nein Nein Er 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 Er, er, haut auf die Steine Den trifft er Muah Wie Oh, Alter Ja Ja Ja, das war, das war natürlich jetzt, äh Sehe ich natürlich klug, ich weiß, aber egal Kacke, kacke in Tüte Kacke in Tüte, ist auch schön Ab in die Lava mit euch Ja, das war, das war sehr geil Ja, das war, das war sehr geil Er hat mich, äh, in Dein Blitter Kacke in Tüte Das war sehr geil Das war sehr geil Oh my god, ja Aber das ist auch Unlass und Mist Aber bitte Ich hab die Schnauze vor ihr Bitte belädt mich vorher wieder, ja Vielen herzlichen Dank Achso, da leben ja noch welche Und da hackt er auf mich ein, als wäre ich ein Stück Hackfleisch, ach ist das geil hier Aber hack ich doch nicht gehackt, sondern zerhackt Uts Das war so behindert, dass es wieder geil war Hä? Das soll sich gar nicht mehr beeindrucken hier Ja Whatever Können wir dann Ach, da lebt ja, ja natürlich Jetzt ist die 2 Feuern Oh, ich hab die ganze Zeit gebrannt Mich würde nicht mal stören, wenn du brennst Wenn ich erstmal hier mitfällig bin, geht das meine Qualm Warte, hier mal Feuerimmunität Na Gut Bereit? Yo Nach oben, Mr. Thaddeus, nach oben Nach Und tot Ernsthaft Alter Fucking Ernsthaft T Jawoll T Jawoll Jawoll Alter Ich krieg Hass Und plack gleichermaßen, ey Nutze den Hass Blue Blue Floor Blue